ja es werde licht oder mir geht da ein licht auf oder licht ins dunkel kommen lassen das sind so die themen das ist einfach schön wenn man licht da hat wo man es braucht wo eine dunkle ecke ist christoph hat schon gesagt ja beim gassi gehen mit dem hund dachte mir die idee klar überall da wo sie sagen hier bräuchte ich gerne eine mobile lichtquelle bei der hand und jetzt haben wir auch noch so ein cooles gadget für sie also wir haben zwei lichtwellen für sie einmal kleinere und einmal größer aber beide in baseball bat also als baseball schläger optik es sieht mega cool aus liegt toll in der hand und es wirklich aus dem kleiner hingucker aber sehr effektiv es ist eben eine taschenlampe oder ja eine lampe und der christoph wird sie euch ihnen zeigen und auch gleich ein bisschen mehr dazu erzählen ja sie hat denn jetzt richtig gesagt es ist im baseball schläger design ich bezeichne es gerne als abenteuer taschenlampe denn das ist schon so eine lampe da hat man vor vielleicht ein kleines abenteuer zu machen extrem hell achtung ich mache es einmal an und da merken sie schon da fühlt man sich natürlich voll geblendet und vor allem wir haben das in unterschiedlichen leuchtstärken und sogar auch in unterschiedlichen leuchtmodi also auch wirklich alles hier für sie gedacht also jetzt haben wir wieder hier die dauerbeleuchtung ich nehme es mal wieder runter dass sie sich nicht geblendet fühlen aber das ist schon was ganz besonderes toll verarbeitet vor allem man hat so eine kleine handschlaufe auch dabei das heißt die liegt einfach stabil in der hand und dieses baseball schläger design ist für mich persönlich einfach so ein produkt wo man auch mal abschrecken tut also wenn wirklich mal irgendjemand in der dunkelheit steht und sie gehen mit einer taschenlampe die aussieht wie so ein baseball schläger kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen dass das schon so ein bisschen auch abschrecken tut das ganze hier natürlich auch bietet auch gewissermaßen mir persönlich auch natürlich ganz klar ein thema von sicherheit das darf man natürlich auch mal nicht vergessen wir haben die gesamtgröße von 31 cm das heißt hier natürlich super flexibel auch für sie und vor allem sie betreiben die mit batterien und die passenden batterien die haben wir auch gleich noch für sie mit dem angebot noch mal abenteuer taschenlampe im baseball schläger design toller robustes material schöner stabiler griff und vor allem mit richtig starker leuchtkraft ja also ich habe sie auch gerade schon in der hand gehabt und es ist einfach ein schönes gadget und gerät und eine tolle lampe so ich sag ihnen kurz die bestellnummer das ist die nx 68035 69 dann bekommen sie jetzt zwei stunden lang den tv sonderpreis für diese tolle lampe 12 euro und 23 cent ist ein kleiner preis dafür dass wenn sie die meine hand gehalten haben es ist ein toll tolles metall und ein toller griff schönes gewicht und eben auch eine helle lampe und diese optik das ist echt was richtig richtig feines ja und damit sie diese dann auch immer schön benutzen können haben wir für sie auch gleich noch ein päckchen doppel a batterien und gleich 20 stück davon und das ist ja einfach genial die brauchst du immer zu hause gerade jetzt in der momentanen zeit man hat jetzt hier 20 äckerlein batterien also wirklich diese doppel a batterien die können sie einmal natürlich in die passende taschenlampe die ich ihnen jetzt eben gezeigt habe hinein tun und aber zusätzlich natürlich auch noch mal für alle anderen geräte benutzen gerne auch mehrfach bestellen weil batterien kann man immer gebrauchen ja genau einfach ins schubladen fach legen mehrere pakete weil sie wissen immer wenn man die braucht hat man sie nicht ich gebe ihnen schnell die bestellnummer dass die px 15 69 der preis ist klein 6 euro 56 bestellen sie gleich mehrere das macht einfach sinn und jetzt haben gleich noch diese baseball taschenlampe in größer macht noch mehr wer es eine nummer größer mag der kann die abenteuer taschenlampe natürlich auch eine nummer größer haben hier jetzt mit einer gesamtlänge von 55 zentimetern aber auch genau wieder richtig leucht stark und natürlich auch wieder in diesen fünf verschiedenen betriebs modis die sie natürlich auch hier wieder ganz klar mit der blink funktion oder natürlich auch dieser strobus kopf funktion sehr sehr gut mit nutzen können das ganze auch wieder hier sehr tolles material und natürlich auch bietet mir persönlich auch wieder ganz klar sicherheit aber auch so eine gewisse form von naja sollte mal was sein kann das schon auch sehr abschreckend für jemand anderen einmal wirken sie sehen es robuster griff auch hier wieder übrigens die bedienung machen sie immer hier am anderen ende das sehen sie ja hier hinten einmal eingeblendet hier hinten einfach ein knopf da drücken sie einmal drauf und dann schaltet sich unsere paschenlampe natürlich immer an und den leuchtmodi machen sie einfach nur mit dem ganz leichten fingerdruck und dann sehen sie es gerade im hintergrund ändert sich da immer mit einmal wieder hier unser licht und dann sehen sie auch mal wie weit die natürlich auch mal leuchtet also hier bis tief natürlich hier in unsere studio kulisse natürlich einfach mal mit hinein und natürlich auch in unseren wald also einfach genial und der preis wirklich ist tatsächlich sehr sehr klein 21 euro und 56 cent für diesen kleinen tausend das sieht aus wie ein baseballschläger liegt toll in der hand hat ein tolles gewicht ich möchte auch noch mal anfassen von lunatec qualität und dann haben sie eine starke leuchte können stroboskop oder notrufsignale geben oder einfach mal in den wald wandern und genau gucken was dann nachts passiert die bestellnummer dazu das ist die nc 69 78 569 dann haben sie jetzt sich den tv sonderpreis gesichert von 21 euro und 56 cent es ist genial dieser lampe nutzt man gerne ob man mal auf eine nacht wunder geht oder so aber wir haben eben auch batterien damit sie diese lange und oft benutzen können und die haben wir passen dazu sie brauchen übrigens nur immer zwei von diesem typ c batterien denn das ist auch noch mal ganz wichtig sie bekommen aber das vierer set das heißt sie sind doppelt einmal ausgestattet sollten einmal die batterien alle sein sind sie natürlich mit dabei gleich am besten mitbestellen weil dann können sie sofort loslegen zwei batterien reingemacht und dann geht es einfach los ja die direkt mehrere kaufen wenn sie jetzt hier das vierer pack haben direkt mehrere bestellen für fünf euro 61 cent macht das denn bestellen sie dieses vierer pack unter der px 15 97 569 dann sichern sie sich immer power to go sozusagen so und jetzt haben wir noch eine wunderbare led taschenlampe eine trc 144 ja was ist das lieber das ist eine richtig richtig besondere taschenlampe denn sie kommt in so einer tollen verpackung also für alle die schon mal so ein kleines abenteuer haben nachtwanderung gerne machen ist die genau richtig ich zeige ihnen auch gleich warum ich mache sie einmal mit ihnen zusammen auf und dann sehen sie schon als nicht nur eine taschenlampe einmal drin die ist hier sondern gleichzeitig eine ladestation denn die wird per akku betrieben das ist auch noch mal ein sehr sehr großer vorteil sie haben die extrem handlich denn die liegt richtig schön auch hier in ihrer hand natürlich auch wieder mit einer handschlaufe so dass sie sie einfach mal ganz schnell um ihr handgelenk machen können und dann haben sie sie in der hand dann auch hier wieder in dieser verschiedenen betriebsart beziehungsweise extrem hell denn die hat 1000 lumen leuchtkraft und das auch wieder in diesen drei unterschiedlichen stufen und wenn sie dann wirklich mal lust haben auf eine kleine ja nachtwanderung oder sie gehen vielleicht auch wirklich abends mal mit dem hund gassi dem hund tut man ja meistens so ein leuchthalsband um aber bei sich selbst denkt man gar nicht dran und dann sind ja immer mal wieder auf dem weg vielleicht ein paar steine oder im asphalt ist vielleicht mal ein loch drin oder so eine stolperkante da hat man dann einfach hier noch mal so eine gewisse sicherheit auch in der hand weil man kann natürlich richtig hell leuchten wir haben ein hochleistungs akku hier in dieser verarbeitet mit 2650 milliampere stunden das heißt lange zeit etwas davon sollte der akku aber einmal leer sein machen sie doch einfach eins nehmen sie es einfach sofort wieder in ihre akkuladestation die ist automatisch im lieferumfang mit dabei das heißt hier brauchen sie keine batterien hier haben sie keine anderen zusätzlichen faktoren die sie noch mal berücksichtigen müssen sie tun einfach den akku hinten aus dem gehäuse heraus laden ihn auf und dann ist er in wenigen stunden wieder einsatzbereit das schöne ist auch hier man hat hier eine fokussierungsfunktion das finde ich auch immer sehr sehr wichtig denn wenn ich noch mal auf eine bestimmte richtung hinweisen möchte oder wenn ich irgendwo noch mal hin leuchten möchte kann ich das natürlich auch machen und selbst für den nächsten abenteuer urlaub ist die perfekt geeignet weil die einfach spritzwasser geschützt ist das heißt auch sollte es mal nass werden auf ihren nächsten wanderung oder auf dem nächsten weg müssen sie die taschenlampe nicht wegtun und weiter im dunkeln herumirren sondern sie haben die möglichkeit für mich als hundebesitzer ist das ein absolutes muss und auch bei ihnen weil es ist einfach so helligkeit beim laufen beim gassigehen ist ein ganz ganz wichtiges thema und gerade das jetzt auch immer wieder früher natürlich auch dunkel wird beziehungsweise auch natürlich dann auch am morgen ist später auch wieder mal früher dunkel sein wird als man sonst aufgestanden ist hat man jetzt hier immer die helligkeit dabei am besten auch immer eine vollgeladene ins auto legen ja es ist einfach eine ganz tolle qualitätstaschenlampe und sehr hell 1000 lumen da können sie wirklich dann wandern gehen schauen sie mal ich bin auch schon geblendet es ist einfach ein qualitätsprodukt also da nicht lange zögern die wird heiß begehrt sein denn es ist einfach kompakt trotzdem start per akku zu laden und dann können sie nacht wandern oder ganz viele ja sachen waren nachts die sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten also der preis 46 euro und 86 cent ist wirklich für dieses qualitätsprodukt ein super preis bestellen sie diese wunderbare taschenlampe oder nx 23 88 569 können sie mal nachts wandern oder mit dem hundgassi gehen oder auch mal gucken was da so im garten vielleicht welche igel wohnen sozusagen und sie sind gerade jetzt wenn es so herzlich wird und eben auch früher dunkel dann sind sie immer sicher unterwegs einfach in die tasche der jacke stecken und sicher unterwegs sein